Und dann gehst du auf den Hull wieder auf, bist du eigentlich recht wimpel. Ist egal ob ich Moro's anschieße oder nicht, oder? Nee, du musst schon Moro's anschießen. Okay. Holt euch eure Targets. Ja, es wurde direkt gecountert, jemand muss bitte kurz übernehmen, aber dann... Okay, bin wieder da. Ja, da. Ich bin hier ein bisschen größer Brechner drin. Moro's ist verschwunden. Ich hab Agro, auch von dem Diamanten. Ja, ich bin hier. So, ich würde erst mal riechen, das ist jetzt meine Zigarette weg. Ehm, Eisfall ist hier draußen, bitte mal einmal fieren. Oh! Zhuh! Tue Rellen kannst du allerdings aber, vier er wird auf waves. Ich bin hier vorher voll. Ich hab Akku vorne im Diamanten wieder Ja, ich hab immer noch Akku von dem Diamanten Na, das ist eingesteit Ja, ich hab mit, ich dachte einmal schon Downsack Ich hab einen Laststrat von Androsland Er ist der von Laststrat, Löwe, bezieher meins von Lausgau What? Redaktion Brawnrose ist weg Oh rose Haha Gogo Leute jetzt nur noch der Kreis da, geh den mal Nats hat's schon wieder er ein bisschen weghalen Den Kreis ist auch weg, was hast du Ich bin hier Antalua Ich brauch wer nen Mannertrank, ich hab drei Stück, wenn einer braucht, sag ich Bescheid oder? Ich hier Antalua Wo stehst du? Auf dem Tisch Hier, ich hab grad Danke Super Elementary hat es Hast du Eisbrocken oder so, sagt dann geht das auch weg Weg Nachts warten wir auf Steingestalt Wo war ich mir SDS auf? Nein Denk an immer ihre Fuhren auf Brandon machen Lasha, wenn du Cooldown ready hast Ich bin immer drauf, ich hab immer Cooldown Nice, nice Ich weiß was ich da ist, mach ich Geweilt Nein Hat er da gar keine Trostung gegeben diesmal? Doch, unser Schulker hat er diesmal Ich hab so gesagt gerade Problem ist, dass Hattlos immer zwei Minuten abgehen kannst Ich merk das was Für die Schuchstunde Der kommt nicht mehr wieder Selber Der will nicht Ja Der mag uns nicht. Das ist auch ein Man-Rage. Ohm. Wer ist Ohm? Tantalua. Oder macht er Vorrufung? Oder macht er nicht schon? Ich habe Vorrufung gemacht. Oder macht Babel. Dann wurde er halt unterbrochen. Dann wurde er auf. Wäst du ihn nicht? Ja, der war's, war's. Ja, der war's. Ja, der war's. Ja, der war's. Äh, wäst du nicht. Wäst du nicht? Einmal nicht. Jonas! Ja! Ja, das heißt gleich Theater, wenn was. Wippie! Und da muss man abkommen, wegen meins du es geht. Drei Maler Tränke und Anregen. Duren, du musst auf die ersten 10 posten, das ist was langweilig. Juhlala! Okay, dann fangen wir mal an. Ich? Ähm... Das ist die Schilder, Mann. Ja, wissen wir auch. Beide ist der Heiler, ne? Also... Wenn ich ehrlich mich sagen, dass der Ring... Ich habe jetzt halt Ruinen-Ring. Allein wegen Willenskraft. Der Teil hier und das... Das Stoff ist für Kraster. Was für ein Ring? Ach, nur offend ist das... Oh, sorry, richtig schade. Ja, ist schildernd. Ja, ist trotzdem eher für Ruinen, würde ich sagen. Ja... Ja, du würfelst doch nicht. Ja, du würfelst auf jeden Fall schon mal. Ja, du würfelst auf jeden Fall schon mal. Juhlala, würf'n, wenn du Nid hast. Boah... 28... Ich hab'n Miet auf den Gürtel. Ja, Gürtel kommt gleich. Drei... Gürtel kommt gleich. Drei... Eins... Danke. Das freut sich jetzt eher. Ja... Danke, 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 danke. Okay, Venita würfeln. Ja, ich weiß, ich hab' jetzt einen Teil, so werd' ich wahrscheinlich nicht mehr würfeln dürfen, ne? Doch. Doch, kannst mich würfeln. Venita sagt Miet. Ganz genau. Ja... Ah, fuck, Mann. Ne... Finde ich jetzt nicht mehr. Ja, okay... Was? Das ist... Das ist aber nur ein Spell-Damage, Gürtel. Der geht an die Caster vorher. Mega. Ja, wisst' du? Ist ja nicht nur Heilung, ist ja Schaden und Heilung. Also ich pass' natürlich. Ja. Da haben Damage hier auf jeden Fall vorher recht. Daher geht der an Elementary. Ja, das ist weiter. roadsла? Gемся. Das ist die erste, die erste sncharge. Daher geht uns auf jeden Fall. Ja und so geht's nach heute.